Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, soll es hier dann so gehen, wie es mit meinem Kanal im Moment mit den Videos und Projekten weitergeht. Sid Meier Civilization V kommt weiterhin. Jeden zweiten Tag, das liegt daran, dass wir noch ziemlich viel vorproduziert haben. Im Moment kommt es nur bei mir, aber ich glaube Mitte Oktober fing das dann auch bei Yanni an mit der Staffel 2. Weil er Probleme mit der Staffel 1 hat und ich bring die aber noch fertig. Wir haben wahrscheinlich so viel vorproduziert, dass wir das in zwei Jahren noch veröffentlichen können. Jetzt geht es allerdings um meine Hauptprojekte. Sid Meier Civilization V ist ganz klar ein Nebenprojekt. Mein Hauptprojekt war ja bisher dann Minecraft Time oder generell Minecraft Let's Plays. Und ja, da gibt es ein kleines Problem. Minecraft Time ist die letzte Folge jetzt hochgeladen, vorerst. Ich werde Minecraft Time wieder aufnehmen. Allerdings hatte ich an diesem Punkt von Minecraft Time das Problem, dass mir die Welt gecrashed ist. Von dem Mod Open Blocks, Open World, Open Blocks war es glaube ich, gab es einen Block in der Map, der es mir verhindert hat in die Welt zu kommen. So, jetzt hatte ich da ein bisschen rumprobiert, hatte auch sieben neue Maps gebaut, alle auf den Stand gebracht. Die sind aber nach drei, vier Folgen auch alle abgekackt. Dann, Lösung, ich hatte zu wenig RAM. Ich habe mir dann bei G2A einen Server gekauft, das soll kein Product Placement sein. Ich bekomme dafür nichts, so ein Blub, kennt ihr ja schon. Und hatte dann gedacht, darüber laufen ist besser. Wäre es auch eigentlich. Jetzt ist nur das Problem, dass ich zu wenig RAM auf dem Server habe und es ganz sicher jetzt nicht einsehe von meinem Gehalt. Ich gehe jetzt arbeiten, Ausbildung und so, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mir nochmal für 15 Euro 2 GB mehr RAM zu holen, wo der dann gerade so läuft. Das heißt, Microsoft Time ist derzeit pausiert und es ist allerdings ein anderes Projekt geplant, zusammen mit Janni, auch wieder Microsoft. Das ist allerdings ein minimales Problem. Ich bin fünf Tage die Woche arbeiten und danach kann ich nicht mehr aufnehmen. Am Wochenende habe ich das Problem, ich muss YouTube aufnehmen, Freunde treffen, mich um meine Freundin kümmern, in der Familie was machen und halt sowas wie garten und so. Alles unter allen Ruh bringen und dann noch auf und noch genügend Schlaf nachholen. Darum ist das mit Aufnahme im Moment ein bisschen knapp. Ich kann daher nicht sagen, wann jetzt wieder Minecraft kommt oder auch andere Projekte. Es ist ja noch viel, viel mehr geplant. Auch an anderen Spielen und so. Kann sein, dass jetzt erstmal nichts mehr kommt. Hin und wieder wird noch ein Video kommen. Ich werde dann am Wochenende hier und da mal vorproduzieren und dann hochladen, weil ich kann halt nicht jedes Wochenende. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich versuche zwar alles total in Mut zu bekommen, aber irgendwann bin ich auch mit meinen Kräften am Ende. Ähm, irgendwas wollte ich noch. Gut, habe ich vergessen? Ich versuche derzeit noch ein etwas größeres Projekt zu machen. Ähm, das wird auch ein Vlog sein. Allerdings wird der ein bisschen aufwendiger und größer sein. Ich bin ja jetzt seit drei Wochen dran. Ich bin ja jetzt seit drei Wochen dran. Okay. Okay.